Troll im Kerker! Troll unten im Kerker! Ich dachte, das sollten Sie wissen! Der Troll ist nicht mehr im Kerker. Er geht ins Mädchen-Klo. Hilfe! Hilft mir! Hey, Erbsenhirn! Ah! 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 Tu doch was! Wutschen und wedeln! Wingardium Leviosa! Ach du meine Güte! Es war meine Schuld, Professor McGonagall! Fünf Punkte Abzug für Gryffindor! Für ihren Mangel an gesundem Menschenverstand! Nicht viele Erstklässler nehmen es mit einem ausgewachsenen Bergtroll auf und überleben solch tollkühne Tat! Fünf Punkte gewinnt jeder von Ihnen! Für unverschämtes Glück! Fünf Punkte Abzug! Fünf Punkte Abzug! Fünf Punkte Abzug! Fünf Punkte Abzug!